Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch den 24.3.2021 und unser DAX hat zum Dienstag ganz schön, ja, kleines, kleines, kleines Grundstück vorgespielt. Der spielt hier rum, könnte man sagen. Also so richtig motiviert war er nicht dabei. Also weder oben noch unten. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Schnell da unten runter, schön drunter schließen, ja, schön unter 590, 600 schön schließen. Dann hat er die Chance unten raus zu gehen. Ihr seht das, der hat einfach nur nochmal ein neues Tief drunter gesetzt und wieder hoch. Das sieht jetzt so ein bisschen so aus wie das, was wir jetzt hier immer hatten. Auch das, was wir hier hatten mit diesem zack, zack, tief, 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 jetzt wieder nach oben gestoßen. Also, weiß nicht. Ich nehme das nochmal mit. Also das bleibt ja auch gültig. Das bleibt ja auch aktiv. Wenn er da unter 65 runterschrotet und da oben mal wirklich bleibt, dann auf jeden Fall nach unten. Aber das war letztendlich das, was wir zum Freitag, äh, zum Dienstag jetzt gesehen haben, war ähnlich wie das, was wir vom Montag gesehen haben. Kurz zum Xetra oben runter und dann direkt wieder zurück. Also, so gewinnt er da auch keine Preise, ne? Aber neue Tiefwürde gekauft. Wir sind deutlich hochgekommen, haben aber auch oben ganz gut wieder abgegeben. Zumindest auf Tageseröffnungsniveau wieder zurückgedrückt. Wenn ich jetzt hier so schaue, wo der Tagesschluss ist und sehe, wo der Tageseröffnung war, haben wir in etwa, ja, nach unten genauso viel gekonnt wie nach oben. Nämlich gar nichts. Und sehr wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr großes Doji einfach nur an den Chart gestellt. Ähm, wir können es auch kurz überprüfen. Das sollte, das sollte aber so aussehen. Das geht nicht anders halt, ne? Ja, genau. Also, eine Unsicherheitskerze, die er jetzt gestellt hat. Damit nimmt er sich natürlich den Drehcharakter nach oben raus. Er hat ja eine Umkehr nach oben. Er hat eigentlich Potenzial nach oben geschaffen gehabt, ne? Ähm, auf der anderen Seite nimmt er sich aber natürlich auch unten raus. Ein bisschen das Brot runter. Äh, die Butter vom Brot. Also, weiß nicht. Die Tageschart gibt mir jetzt hier nichts, gibt mir keine Signale, gibt mir nichts, wo ich sage, ja, 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 das will ich sehen. Wir hatten gesagt, ähm, ich würde persönlich eher damit rechnen, wenn er ober 6,80, ähm, reinkommt oder arbeitet, dass er sich grundsätzlich hier so im Bereich 750 einfach zur Seite ab, zur Seite, zur Seite feiern lässt, ne? Wir haben gesagt, glaube ich, 6,35 bis, bis 7,50, dass er dort eine Range macht. Letztendlich hat er die Range jetzt hier unten gesetzt halt. Ne, ist aber auf jeden Fall nicht unten durchgegangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also die Vorlage, die er hier bekommen hat zum Dienstag, also, weiß nicht, die hätten nicht viel besser sein können, oder? Also, da hat sehr, sehr, sehr vieles gestimmt von dem, was wir gesagt haben, was er braucht, um unten rauszukommen. Und im Ergebnis hat er uns grüne Kerzen um die Ohren gehauen. Also, weiß nicht. Das, das versteht nicht eher das, was wir immer wieder sagen hier, dass hier einfach noch zu viele Käufer halt, ähm, das relativ leicht haben, unseren Dax wieder aufzudrehen. Also, gerade das mit den drei, drei Tiefs hier, äh, weiß nicht. Das wird, das riecht für mich eher, wie als, kriegt man jetzt zum Mittwoch noch mal einen Schmackes nach oben. Ähm, zumindest, wenn er so halb, halbwegs neutral reinkommt, um 6,600, 6,630, so irgendwie dazwischen, könnte ich mir schon gut vorstellen. Also, dass er sich dann noch mal nach oben probiert, hier vielleicht am Tageshoch vom, 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 vom Dienstag noch mal probiert, um die 7,10 rum und dann vielleicht auch mal schon die 7,50 durchschnüpfelt, ähm, dort mal vorfühlt. Und er muss ja noch nicht ausbrechen. Es reicht ja einfach mal, da ein bisschen zur Seite zu schieben. Dann kann man ja hinterher, einen Tag später, kann man ja mehr machen. Aber, ähm, das ist jetzt halt auch kein, es ist jetzt nicht negativ. Ah, es ist, äh, und er muss negatives Signale bringen halt, ne, weil er ja am Aufwärtstrend steckt. Das heißt, alles, was immer wieder so negativ weggekontert wird, erhöht dann wieder die Punkte der Käufer, also die Punkte auf der Bullenseite. Und, ähm, ich habe jetzt hier auch, wer das vielleicht bei TradingView mit da immer mal auf meine Linken draufklickt, ähm, da kann man ja die, die quasi so vorspulen, die Analyse kann man noch mal reingucken. Ähm, da muss ich immer so angeben, ob Long, Short, ähm, seitwärts, ja genau, Long, Short oder seitwärts habe ich jetzt. Eigentlich hat man jetzt die ganzen Wochen, Tage jetzt immer Long drin, jetzt war es die letzten Tage seitwärts. Und ich, ich sage es auch dazu, wenn, wenn der jetzt zum, zum, zum Mittwoch wieder nichts unten liefert, dann muss ich wieder grüne Pfeile reinsetzen halt, ne, weil dann, 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 dann wird er wieder positiv von der Tendenz halt, ne, ne, weil er nach unten nicht liefert, so. Und dann ist das eine Frage der Zeit, bis er eben nach oben wieder anfängt anzulaufen und dann 57, 8,35. Also, von daher, wir haben es gestern eigentlich klipp und klar gesagt, er muss zügig hier runter, muss deutlich durcharbeiten, weil er hat Beweispflicht, er hat, er hat, äh, Beweislast auf Seiten der Verkäufer. Also, die Verkäufer müssen jetzt die anderen Verkäufer überzeugen, hier noch mit ins Bus zu springen, Positionen abzustoßen. Das ist ihnen nicht gelungen zum Dienstag. Also, da wird jetzt keiner sagen, oh Gott, also jetzt muss ich aber meine Positionen weckern. Hui, 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 bin 0,3% mehr im Minus als gestern. Oh mein Gott, mein Portfolio bricht ja davon. Ne, es suckte kein Schwein halt, ne, das Ding ist, das Ding ist nahezu unverändert rausgegangen. Also, da wird keiner verrückt und, ähm, dann drückt auch keiner auf die Short-Taste, auf die, auf die Verkaufstaste von den Großen halt, ne, die, die hier tatsächlich was bewegen und von daher würde ich so persönlich eher schon fast sagen, haben eine Tendenz eher wieder ein bisschen auf der Oberseite. Können wir vorstellen, dass wir ein bisschen intensiver vielleicht mal probieren, wieder über der 660, 680 zu arbeiten, auch wenn er sich da momentan schwer tut. Aber, ähm, quasi als Fortsetzung dieser Bewegung kann man vorstellen, dass es noch ein, zwei Kerzen dauert. Deswegen vielleicht einen Start zwischen 630, 600, dann ein bisschen hier unten noch rumgedümpelt und dann nochmal so aufdrehen. Dann würde das zumindest auf die Bewegung passen, dass es sich hier so, wie so ein, wie so ein Bogen schlägt, ne, dass er hier nochmal so einen, so einen Schlag macht, Richtung, ja, 710, 750. Viel mehr erwarte ich gar nicht großartig, ähm, die Bollinger-Mobilen wäre auch immer kleiner. Ich glaube auch, dass die Volatität durchaus bis runtergehen kann. Mittwoch hatte noch ein paar Termine drin, aber, ja, unten, unten können wir das so festmachen, ne. Die Tiefs, wenn er da rote Stundenkerzen drunter stellt, mal, ähm, quasi den Ausbruch mal antriggert, mal bestätigt, dann geht auch mehr auf, dann ist eine 500 erreichbar, dann ist eine 445 erreichbar und da runter wird es ja so und so lockerer Richtung 300, 280, das ist ja ein relativ großes Bereich hier, der dann durchlaufbar wird. Aber man muss dann halt auch, man muss dann mehr prägen halt, ne, das reicht nicht. Und vor allen Dingen durch den starken Rücklauf auch wieder. Nicht wie die dann höhere Hochfolge jetzt drin, das nimmt unheimlich viel Kraft aus dem, aus dem Abwärtstrend halt raus, ne, beziehungsweise beendet es ihn sogar. Ja, und von daher leider jetzt erst mal wieder ein bisschen oben das Risiko zu suchen, glaube ich halt, ne. Also, da muss, da muss unten, da muss was zeigen halt, ne. Das, was er jetzt am Dienstag gemacht hat, ist absolut nicht konstruktiv gewesen halt, ne. Weil er hat ja jetzt hier eigentlich den Käufern in die Karten gespielt, indem er das neue Tief nicht verkauft, sondern gekauft hat. Und von daher, ja, soweit die Einschätzung, ähm, mehr kann ich euch nicht mitgeben, ja. Ich könnte mir vorstellen halt hier, wenn er ruhig bleibt und im Bereich Positionen hin und her spielt, kurze Positionen zu fahren, kleine Positionen zu fahren, ne, ja, auf der Strecke nach oben ein bisschen was mitzunehmen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, hier unten dann einen Short zu suchen, wenn er denn halt tatsächlich auch mal wirklich da unten bleibt halt, ne, und man schön konstant durchdrückt. Ähm, sowas passiert zum Mittwoch auch mal, ne. Mittwoche sind für sowas eigentlich gute Tage, aber du musst ja auch schön anfangen. Du musst, du musst, der muss klar Schwäche zeigen. Das fällt ihm momentan schwer und das muss er zeigen. Wenn wir das sehen, dass wirklich alle sagen, okay, krass, das ist schwach, jetzt will ich Long, ne, dann direkt Short rein halt. Also, das ist auch immer so indikativ, wenn alle dann dagegen wuchten, weil es ihnen schon zu schwach ist, zu weit ist und sowas, ne. Wie WTI hat man auch schon gesehen, ne, 3% gefallen. Da haben schon alle wieder plötzlich nur noch Long in den Augen gehabt. Und dann hat er noch 3% draufgelegt. Das und so, sowas funktioniert im DAX im Kleinen halt auch. Gut, okay. Also, ich denke, wir können es dabei belassen. Ähm, wie gesagt, ich sehe ihn eher Richtung 7, 10, 7, 50 jetzt nochmal zum Mittwoch. Könnte mir hier einen entspannten Start vorstellen. Kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar bis vormittag dauert, bis er dann ein bisschen in die Hufe kommt, dass er relativ träge dann einfach nochmal hochzieht über den Nachmittag. Das wäre soweit meine Erwartungshaltung. Und ansonsten, wir brauchen unten klare, 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 sichtbare, dicke, roten Kerzen, ähm, damit da was draus wird. Dann auch gerne, dann, äh, shorten gerne. Also, ich hätte da Lust zu. Aber momentan gibt er dafür nicht viel Grund einfach halt, ne. Weil das sind eher bullige Signale, die er hier ausstreut, äh, ausschreut, indem er die, äh, Verkaufssignale einfach auskontert. Weil das Neues, Tief, ein tieferes Tief ist ein Verkaufssignal. Wenn er das auskontert, dann heißt das, hier haben noch Bullen die Hosen an, also die Käufer, die, die einen höher haben wollen. Ja. So weit das, ähm, wo hätten wir oben die nächsten Ziele, wenn er dann doch endlich mal irgendwann losrennt, über 7,50 auch. Das bleibt bei 8,35, das bleibt bei 9,65. Wer vielleicht die letzten Videos nicht gesehen hat, ähm, hier hört der Pfeil auf, wenn wir, ähm, ja, durchaus 8,35, 9,65. Das wären dann oben die nächsten Ziele für die 7,50. Erwarte ich aber zum Mittwoch noch nicht. Ähm, ich denke, äh, ich denke eher wieder in dieser Spanne hier. Gestern habe ich es ein bisschen zu hoch angesetzt. Vielleicht setze ich es jetzt ein bisschen zu tief an. Ähm, aber ich würde schon so sagen, 7,50, 5,60. Eher, äh, enger, es wird enger werden. Das, vielleicht sogar einfach nur zwischen Bändern halt. Die sind bei 7,10 und die sind bei 5,90. Vielleicht macht er einfach da zwischendurch, zur Seite, ne? Aber ich würde hier mit Zeitwärts erstmal rechnen zum Mittwoch primär. Gut, also, jetzt aber wieder zu und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Ciao.